Zettmenü 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 Dazu musst du acht eine Ausbildung beim Mastermanus machen Wir haben das schon mal besser gesehen Und noch mal runter bitte Und runter Und eins los Was zum Teufel Hä wie geht das? Shift geht nicht Shift und dann num 1 num 2 Ihr müsst das in die Ausbildung bei mir gehen Shift und nummern Pad 1 Bei mir macht er da nischt Ach hier guck mal Ja Jens ich fang ja auch ran Du wusstest ganz schlecht das alles kann Ja guck an Guck mal was wir alle können Yeah Mega Mega Du kommst nicht in den Recall Du kommst nicht in den Recall Wie hört das wieder auf? Keine Ahnung Also der arbeitet seine Moves halt ab Ich habe auch Das ist ja cool Auf der linken Seite habe ich jetzt Weil ich Shift ne normale Tasse gedrückt habe Habe ich so ne andere Da steht zurück zur Formation Vorrück Ansonst wenn ich nen Befehl geben Escape Escape Okay gut Das ist cool Okay Okay Leute Nächster Punkt Rebellenlager Wir müssen Anne eben abholen Hat einer die Burger für sie eingepackt? Äh ja Ich hab noch mehr an genug Jetzt gibt Viper am Spiel? Jaja Ähm noch mit Sechsiger was ich jetzt nicht mehr habe das Geld wahrscheinlich Steig dir ein Sachse steig sie ein Ähm Ist mein Quart mein Auto? Chatmenü Fünf Wasserflaschen Bacon Pommes Anne Du kannst auf jeden Fall Pommes bekommen Die Vodka die äh Trotz hat er auf jeden Fall schon mal das ganze Bild Ja Das Der Sachse hat sie direkt besoffen Das klingt gut Ja so Anders hältst du das ja nicht aus Wär schlimm wenn du's wärst du fährst Oh Gott durch so nen Wald hier schon wieder Ja stell dir mal vor er hätte jetzt noch Vodka getrunken Ooooooh Erstmal rollen wir ins Anne Geh mal davon aus du hast kein Repkit dabei? Doch Ich hab zwei Stück dabei Ich hab ein Mischkunde und ein Mikro Ja kurz Meine Rap-Kids Du hast doch nach nem Rap-Kid gefragt Rap-Kid Also tu den Rap-Fällen auf Hof richtig? Ja wir müssen Anne noch holen Was ist das denn hier? Nein! Das ist ja nicht immer die Straße zu werden Ja klar Dafür hab ich schnell noch 2 3 Umfälle schon Ach übrigens Schiff B war das ne? Schiff Hab den Urstocks und wenn die Fahrzeuge nicht so laut sind Genau Ja du wir müssen komplett hinter uns da Also 1,1 Kilometer Nein! In welche Ich weiß nicht wo ich bin Also ich hab die Stadt markiert wo Anne sein sollte Ja unter uns 1,1 Kilometer Da ist das Ziel Hä? Nein unter uns ist der Kiosk Nein! Also ich hab's doch noch markiert wo wir waren 1,1 Kilometer hinter uns Ich hab das doch hier auf der Karte Ich seh's doch Ich hab's doch auch markiert Ich hab ein Punkt auf die Nee du fahrst aber in die komplett falsche Richtung Ich fahr genau drauf zu Oder welche Echt? Ja! Warte kurz Ja stimmt Moment das war das falsche GPS Signal Ähm Das falsche Signal 1,8 Kilometer rechts Was war das für ne Stasi weißt du 1,8 Kilometer rechts 1,8 Kilometer rechts Also jetzt fahr ich Genau ich fahr jetzt straight drauf zu Aber ich hab leider die Straße verpasst Nein! Ich fahr so weit Sachse! Du hältst dein GPS falsch rum Was diskutiert ihr denn gerade? Drecke! Du bist Ich fang Du bist du in der Hauptstadt Du willst wieder in die Hauptstadt oder? Ja sie musste doch neu spawnen Ach! Ja ich dachte sie wär mittlerweile so hingelatscht Ich bin doch gestorben Ja! Wir sind 20 Minuten mit dem Auto gefahren Und sie ist es mittlerweile hingelaufen Ich bin halt schwimmter Außerdem bin ich schwarz Ich kann so schnell laufen Maximal pigmentiert bitte Sachse! Ja das war's GPS falsch rum Kann ja mal passieren ne Obwohl da oben dran steht Weißt du Oben steht oben dran Kann man das nur machen Ja und unten steht unten Dieser scheiß Dieser Waldweg Der endet gleich auch einfach Ich hoffe nicht mit einer Wand Oder so Doch! Der endet im Wald Der endet im Wald Ey! Seid ernst! Bitte! Fürstwirtschaft machen oder was? Der endet im Wald der Weg Oh mein Gott! Oh mein Gott! Soll ich lieber fahren? Ja doch! Er hat schon einen Baum mit Nein das Problem ist Ich darf nicht stehen bleiben auf dem Boden Ich muss hier raus rollen Ach ne komm Ach ne Dalu Weiter fahren Komm es geht hin Ich fahr doch Ich fahr Komm du schaffst das Wir glauben an dich Nicht lenken Nicht lenken Einfach gerade halt Ich kam da den Karren Wissen wir übrigens Das mein Auto Ein Baum gefällt hat Ohne Probleme Ja ne Das ist Du hast doch gesagt Weg von dem Boden da Ja Das ist überall Überall Dieser giftige Boden Ich war einfach durch Jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Ach ne Wir sind nicht weit weg Leute Wir können Kilometer laufen Jetzt steig Anne hol mal ein Auto mit Nee warte warte Ich hab zwei Ring Pair Kids Warte wir kriegen jetzt vielleicht noch hin Ja ok Wie kriegen wir den Baum auf vom Beifahrer runter Also es sieht nicht gesund aus das Auto Ich glaub nicht dass nur das Reif der Reifenschuld ist Ja ja warte wir werden erstmal reparieren sonst kommst du ja eh nicht mal runter Ja ist voll Total aufgespießt Warte ich komm zu euch Hier ist aber auch so ein richtig beschissener Wald Äh Steig mal ein Nimm sicher Sie können außerhalb bleiben Also ich guck mal Warte Warte wir kriegen das hin Anne Soll ich nen Reparatursicht denn drin? Nein wir haben noch Mist ich bin am Fahrrad Ach lol Soll ich Gas geben wenn du mich neu setzt? Ähm Ja wir müssen erstmal gucken Inwiefern der hat das Audio Der zieht das nach links weg Ja das könnte was werden Dauert noch ein bisschen Cressen und noch eine raus Und Ja keine Angst wir haben hier ja auch ein Problem Der tankt Ja die anderen direkt Dann sind alle wieder eingeschlafen Ja halt ich komm mal zu euch glauben Irgendeiner hatte die Straße nicht weiter gebaut und dann war da so ein Wald Ja genau und da glaube ich nicht Gerade auf die Garage Das Problem ist Und der Wald Der Wald ist im Auto jetzt Ja Ja Ach ne Warum drück ich noch Ich hab die nordische Tasse Ey hier gehts Leute wir kommen nie raus Der Kuh Kit hab ich nicht gekauft aber ich hab ein Erste Hilfe Kit Kuhu redet einfach mal schön im Gruppenchannel Wir kommen hier nicht raus sagst du Wieso willst du uns hinwegsetzen Oh Es geht Es hat gerollt mach nochmal Es hat gerade gerollt aber hier ist eine Tanne die haben es wieder aufgehalten Kannst du die Gruppe nochmal aufmachen ich bin da nicht drin Gleich ich muss gerade Gas geben während der Sachse-Spieg Okay aber dann sehe ich wo ihr seid Komm schon Mach nochmal wir sind gerade einmal losgerollt das muss nochmal passieren Komm Warum ist das Vielleicht ist das Stück Wiese was gleich kommt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Es regnet Es regnet Bei mir ist es nicht Wir haben ein U-Boot gefunden Wo? Mein Wir brauchen Hilfe Ich glaub ich höre euch Wir haben ein U-Boot Ey ich brauchst du Hilfe? Wir stecken im Schlamm Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Ja es regnet auch Jetzt sind wir hier Sportscheißkannen Ja diese Bonden kann und dann gehen sie nicht Kann uns einmal hier rausziehen und ziehen Ja Anne ist nicht da Häng einfach Anne Ja Anne vorne Anne Das kostet eine 100 mit 6 Nullen Ne lass mal Ne lass mal Ne lass mal Das bleibt ich nur beim Stamm stecken Warte mal kurz Hier ist hin Irgendwie Kinnis Ist nicht mehr weit Ist nicht mehr weit Okay Hallo Was ist Anne? Seid ihr hier Irgendwo im Hört jemand direkt Links? Warte ich mach mal eben die Gruppe für dich auf Ingame Ist auf Gang ist auf Nicht rufen Sachse Tragen und schieben Am Marsch Während der Pfund sind Da Karre drinnen sitzt Ich muss Gas geben Du darfst nicht ansteuern Da seid ihr Wir kommen Oh Baum fällt Hat einer eine Axt mit? Wir haben ganz viele Bäume gefehlt Bist du der Gruppenlieb? Der singt gleich an der Grünfeld Ja Wie der Baum einfach mal direkt im Auto ist Direkt im Auto Oh Gott jetzt kommen die mit dem Pik Oh Gott Baum fällt Baum fällt Wir wollten die falsche Wicht überfahren Kommt die gar nicht zu Insofern bleibt der hier auch noch ohne stecken Ich weiß nicht ob ich jetzt zurücklaufe Oh 2 1 Nein, 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 nein Das ist verpackter Boden Fahrt da ja nicht in den Wald rein Nein, Alter, lass doch alle Verpackt Wer ist das hier durch? Das schafft er Wer ist hier verpackt Wir haben schon 5 Bäume gefällt Es sieht, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Aber da müssten alle aussteigen. Oh, Klapp hat mir ein paar gebaut. Alter Maul. Kannst du auch den Windhofer gehen und den Wagen drehen? Ja, ja, der Sachse trägt den Wagen schon, aber es dauert ein bisschen. Oh, das geht aber immer ein Stück vor. Ja, wir sind auch schon weit gekommen. Siehst du nicht, ich schneise hier im Wald. Doch, ich weiß. Du musst mehr lenken. Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht mehr. Du hast nach links gelenkt, du musst nach rechts gelenkt. Oh, oh, das ist der nächste Baum. Oh. Verschlägt. Wir müssen aufhören. Ich muss nicht, weil meine Bauchkutze weh. Das ist wie diese Gangster-Autos, die so wippen, weißt du? Das sind die Ami-Autos. Sachse-Trank. Ich werde nass. Ich kitz mich auch wieder rein. Was kommt jetzt? Es kommt ein Handy auch noch. Scheiße, die haben bestimmt gesehen von oben, dass hier die Bäume umfallen. Oh, jetzt ist der True. Oh, zwei Bäume auf einmal. Die dachten Godzilla kommen. Braucht ihr noch Hilfe? Braucht ihr noch Hilfe? Wir hängen immer noch im Wald. Ne, ne, der Wald ist weg. Ne, ne, der Wald ist weg. Auto ist kaputt, Auto ist kaputt. Nicht mehr tragen. Ne, warte, lass mich aussteigen. Vorsicht. Es explodiert. Der rutscht immer bald. Sachse, wir müssen das reparieren. Nein, es ist nur ein Rad kaputt. Nur ein Rad, das kostet 52.000. Ist das so? Jetzt chill out, wir sind gleich an der Grünfläche. Chill out, wir sind gleich an der Grünfläche. Oh Gott! Wenn sie rastet aus. Ein erfolgreicher erster Tag. Ich bin mich nicht mehr ein, echt. Du bist suizidgefährdet, Alter. Also man fährt nicht mit so einer Kammer durch den Wald in Arma. Ich bin über die Straße gefahren, die Straße war abrupt zu Ende. Es kam überraschend. Und plötzlich kam ein Wald. Oh, der nächste Baum ist gefällt. Sind wir jetzt schon auf dem Grün? Ne, aber fast. Der nächste Baum fällt um. Wir sind nicht mehr sehr weit. Das Problem ist, ich sehe aber langsam nichts nach vor lauter Bäumen. Ich sehe auch nichts. Ich sehe auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber, ihr habt recht, es ist bald. Bald habt ihr es geschafft. Echt? Ja. Ich sehe hier die Lichtung. Baum fällt. Aber der Wald ist ziemlich dicht noch jetzt hier, wo ihr durchmisst. Irgendwie wäre es cool, wenn ihr einen Heli hättet. Irgendwie wäre es cool, wenn ihr einen Heli hättet. Hab ich mich um... Oh nein, wir haben uns komplett geturnt. Ja, nö, ist klar. Hab ich in der Tasche. Wir haben uns komplett gedreht. Ist klar. Es wäre schön, dass wenn derjenige, der uns abholt, einen Zug hätte. Die Polizei kommt. Hilfe! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die suchen uns nicht. Der Waldschutz. Die finden uns jedenfalls nicht, so wie wir hier im Wald bedeckt sind. Hier sucht keiner nach einem Sportwagen. Oh, das ist in Ordnung. Das ist richtig. Aber sagst du, wo willst du uns hintragen? Außerhalb. Und es ist ja nicht mehr weit. Echt? Es ist echt nicht mehr weit. Ich muss gerade nochmal gucken. Ich gehe mal in die Ego-Sicht. Oh, schön. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Bäume. Safari-Abenteuer. In der Ego-Sicht siehst du halt nur Baume. Mein Parkassistenz sagt, hinten rechts ist was. Jetzt hast du den aber falsch. Wir wurden gedreht, glaube ich. Oh, guck mal. Im Rückspiegel sieht man den Sachsen. Chuck Life steht da. Aber jetzt schiebst du sie wieder in die andere Richtung, oder? Jetzt schieb ich sie rückwärts. Da du sagst, hinter uns ist er was. Ja, eine Leder-Ausstattung. Schön. Warte, kann ich fahren? Ich wüsste es nicht. Ich weiß es nicht. Ne, deine Reifen sind im Arsch. Ja, aber er kann ja trotzdem ein bisschen sich bewegen noch. Es ist wirklich nicht mehr weit, Freunde. In welch... Ich jetzt ziehe ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr in welche Richtung. Also ich habe zwei Apparatur-Kits noch dabei. Wir könnten das reparieren. Ich weiß nicht mehr in welche Richtung, Leute. Ja, ich ziehe euch rückwärts. Ja, es ist nicht mehr weit. Es sind Zustände, everyone. Das hätte ich ja niemals so möglich gehalten. Das würden wir schon die Vögel da abholen. Seid ihr denn bald hier? Naja... Ja, du kannst tot. Digst gar tot. Nein! Ah! Wieso seid ihr tot? Ihr seid gestorben! Sachse! Wieso? Sachse! Das kann ich dir nicht sagen, ich bin tot. Hast du ein Erste-Hilfe-Kit dabei gehabt, Sachse? Nein. Aber ohne Waffe. Mich würde jetzt gerade das Gefühl interessieren. Sachse, kann ich irgendwie einen Notarzt rufen? Ich kann Request Medic machen. Warte, warte. Seid ihr alle tot. Ich bin aber in vier Minuten neu spawnen. Handy, warte. Handy! Wo ist denn hier ein Medic? Was passiert? Dann kommt rein theoretisch hier dann der Medic, wo wir tot sind. Notfall. Hier wird uns doch kein Medic finden. Notfall. Also wenn ihr da drauf drückt, verdoppelt es aber die Resport-Zeit. Das müssen wir jetzt wissen. Entweder warten wir auf den Medic. Moment, ich habe Request Medic gedrückt, aber ich muss nur drei Minuten warten. Ich auch. Bitte kommen Sie sofort her. Oh mein Gott, die kann schon. Äh, Anne, hebt bitte das Geld auf was. Wieso seid ihr gestorben jetzt? Ich versuch's ja. Ich weiß nicht, wo das ist. Könnt ihr mich hören, wenn ich rede? Hallo, hört ihr mich? Nee, wahrscheinlich nicht. Sie können uns nicht hören. Hört ihr uns? Hört ihr uns? Dich? Ja. Jetzt hören wir nicht. Also, pass auf. Der Dalu ist mit seinem wunderschönen Dodge in den Wald reingefahren und da war so schlammiger Boden. Sprich, wir kamen nicht mehr weiter. Ich hab jetzt die Karre. Das wissen wir alles schon. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Und jetzt ist der Karre anscheinend irgendwie an einem Baum. Und ich bin gestorben und das Auto ist explodiert. Und jetzt liegen vier noch da aus. Lebt da noch mehr? Lebt da noch mehr? Ja, ich lebt da noch mehr. Ja, Anne und Medics sind aber auch schon unterwegs. Aber wieso kann ich denn die... Ja, okay. Wir sind schneller. Ich hab ne Flasche Wodka gleich für mich. Nein, äh, pass auf. Organhandel. Organhandel, Jungs! Ja, äh. Bo, bitte. Alter. Aber du bist da durch. Dadurch, wo der Ladi Caro immer fährt, fahrt nicht in den Wald rein. Bleibt vorne stehen, weil ihr kommt aus dem Ding nicht mehr raus. Der Boden packt. Leute, ich weiß, warum wir explodiert sind und ich kann uns auch sagen, wer schuld ist. Kannst du bitte versuchen, irgendwie die Körper warm zu halten und den Blutfluss zu regulieren? Nein, der Sachse. Und wisst ihr auch warum? Weil er den Wodka getrunken hat und der hat sich entzündet und deswegen sind wir explodiert. Jetzt haben wir's. Der Alkohol hat sich entzündet. Ja. Nur du hast welchen gehabt, Sachse. Wieso kann ich denn die ganzen Sachen nicht aufnehmen? Ob der, der Medic kommt? Ja, der Medic kommt. Ach Gott, seit Hand. Der Arzt kommt, Nancy. Oh mein Gott. Du bist doch nicht Arzt. Ich bin durch. Kann nur besser werden. Aber du bist schon despawned, ne? Jetzt ist der Notarzt hier und du bist nicht mehr da. Doch. Ähm, bei mir steht Respawn. Bist du noch da? Also ich, ich seh hier nur Bäume. Ob der uns findet unter dem Baum? Der hat gleich, oh Gott, geplippt. Du musst sagen, wo wir liegen. Oh Gott, oh Gott. Wo wir liegen. Alles nachdem, wir sind begraben. Notarzt, hallo? Wir sind begraben unter Bäumen. Oh Gott, ich finde, ich finde die Leiche nicht mehr wieder. Anne, unter dem Baum. Hilfe. Wir können schreden. Hallo. Hallo Notarzt, hallo? Hilfe. Hallo. Hilfe. 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 Wo sind sie? Hilfe. Oh Gott, das ist hier alles in so einem riesigen Bauch auf. Was ist denn? Hilfe uns doch alle. Wo ist denn der Notarzt? Ja, das ist ein erster Notarzt. Oh mein Gott. Notarzt, hallo? Ja, wir sind noch ein Stück weiter, glaube ich. Hilfe. Irene hat aufgehört, irgendwie. Das war doch noch Krimineller. Das sind auch nicht die Medics, glaube ich. Weil Medics hier bei, no. Wie kann ich die hier... 28 Sekunden haben wir noch, dann können wir ein neues spawnen. Hallo? Wie kann ich denn den Koffer aufnehmen? Äh, Windows C. Windows... Spawnen wir neu in welcher Stadt? Oder nur Windows, je nachdem. In der unteren nennt sie. Ah, okay. Wir picked up... Ich seh die Rimmel. Ich lauf den ungefählten Bäumen hinterher. Du picked up eine Handbatterie. Das war meine. Wenn ihr da Kohle findet, einfach alles. Wenn ihr da Kohle findet, einfach alles. Das war meine. Wenn ihr da Kohle findet, einfach alles. Schalt auf die Kohle, würde man nie auch gerne. Wir spawnen in San... San... Ja, ja. Oh Gott. Hi. Ich wurde wieder geboren. Ich auch. Oh Gott sei Dank. Neues Leben. Jetzt können wir neue Scheiße anstellen. In dem Wald liegen 800.000 versteckt. Ihr müsst ihn nur finden, den Schatz. Die 800.000... Ja, ich hab 600.000... Ich hab ihn gefunden, aber er ist so groß. Ich kann ihn nicht aufheben. Es ist das One Piece, Leute. Ich krieg auch meine Taschen nicht voll. Ja, Lars, wir machen das voll. Wir machen das zusammen. Also wir brauchen jetzt erstmal Geld von der Bank oder sowas, ne? Wir brauchen das, wenn wir da neue Kohle und dann wieder neu ausrüsten. Ja. Wie kommen wir denn hier aus diesem Zaun raus? Ich habe keine Ahnen. So, erstmal check. Wie kann man das aufheben? Entweder Windows-Taste und Geldlöbel mit Windows-C, wenn das jetzt ist. Wenn nicht mal kurz in der Briefing nachkommen. Also über M. Musste man nicht damals so einen Button belegen? So einen Hotkey oder sowas? Nicht so? Eigentlich konnte man das mal mit mittlerer Maustaste über den Hotkey aufheben. Niemals. Ja, Aktionstaste 10 habe ich auf H. Geht nicht. Neun Wasserflaschen? Er checkt mal die Briefing ab. Er checkt mal die Briefing ab. Und auf Steuerung. Da steht alles drin. Habt ihr die Kohle? Oder ist sie weg? Ich hab euch Geld gegeben. Okay. So viel Geld. Aber wir müssen die Lizenzen nicht nochmal neu kaufen, oder? Nein, 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 nein. Ist nichts passiert. Drei Packungen Pommes, nice. Wir können uns jetzt nur klamotten-technisch neu ausrüsten. Die sind jetzt zwar schon kalt, aber... Oh, und 2000... Ich habe ja einmal Geld aufgehoben. Ja, aber die waren eh für dich, Anne. Achso. Das waren deine Pommes. Die haben Nancy noch rausgehalten. Hast du mitgenommen? Ja, ja. Ich habe das extra alles für dich gekauft. Werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Okay. Oh, hier liegt noch der Sachse. Unter dem Popf. Oh Gott, sieht das grausam aus. Das war schon... Aber der Notarzt kommt irgendwie auch nicht, ne? Ne, vielleicht hat der einen Einsatz. Aber der hat geschrieben, halten sie durch, wir kommen sofort. Aber dann ist nichts mehr passiert. Dann waren wir tot. Okay, wo sind jetzt hier die ganzen Bruce-Textilien? Da müssen wir jetzt erstmal hin. Ist erstmal wichtig. Ja, Bruce-Textilien sind eigentlich nicht so wichtig, weil wir müssen ja... äh... Können direkt zum Deans gehen. Jetzt warst du abgehackt. Ja, der Team-Speak hat heute wieder schwacken. Wir müssen ja eigentlich gar nicht nach Bruce-Textilien, wenn wir ja ins Rebellenlager gehen, haben wir doch irgendwie da andere Klamotten. Gibt's noch Rebellen-Klamotten? Bestimmt. Ja, nur im Rucksack... Weiß nicht, ich kauf's jetzt einfach und äh... Wollte Gott sagen, Rucksack kann man ja kommen. Rucksack und sowas mitnehmen und dann... Gut, Rucksack kann die hier nicht.